Ah, klasse, mein Warlock ist 656er. Vielleicht war er dann doch mal Hunter, der... ...spit groß. Ich denke schon, ja, ich glaube auch. Ich kenne dich als Hunter. Ja? Bei mir haben sie alles auf 750 gestellt. Aber was war ein Hunter noch mal? Was kann denn der? Im Prinzip war es, also... So ist es nicht, aber theoretisch könnte ich sagen, der Titan war der Tank, der Warlock war der Heiler und der Hunter war der Damage Dealer. Also, wie gesagt, so ist es nicht, aber... Im Grund... Ja, der Warlock war halt so ein Magier-Typ und der Hunter ist so ein Sniper... Ja, der Warlock war glaube ich der Einzige, der zum Beispiel heilen konnte. Und der Titan konnte halt defensive Sachen ganz viel und der Hunter dann halt hauptsächlich offensiv. Zum Beispiel die Gold-Kanonen oder sowas als Ulti. Ach, der McCree? Ja. Ja, ja, ja. Der Revolver. Ich weiß, was es war. Aber ich habe nicht nicht den Warlock gespielt am Schluss. Irgendwie... Ich glaube, mit dem Hunter habe ich angefangen. Der Warlock war mein Zwetterheld, aber der ist mir dann irgendwie besser aufgegangen. Ich weiß, dass der Hunter so ein Item-Level her ist, wird der es wohl gewusst sein. Ich habe nicht eigentlich verunfreundlicher Prevel unter dem Arsch. Sieht aus wie ein Y-Wing. Alter, wie longladend das Spiel. Das ist normal. Ich habe auf Spiele gedrückt und seitdem habe ich nichts gesehen wie Ladebildschirm. Und ich habe es auf der SSD wohl gemerkt. Ich glaube, dass der immer irgendein Abgleich mit dem Server oder so macht, weil es dauert bei mir ass Sack lang. Alter, das ist nicht normal. Ich habe einfach nur Ladebildschirm, wo kurz Helder ausgeweilt und dann Ladebildschirm. Jetzt, jetzt einfach. Jetzt bin ich in der Stadt. Annex Tower. Ich habe alles was vor raus. Wir fliehen noch zwei Minuten lang in die Stadt. Bei uns laden es noch. Wir sind gleich immer um die Welt geflohen. Ah ja, der hat so ein paar Uhr gehabt. Gell. Ah ja. Ja, ja, ja. Fotoarbeit geht's los. Schnall dich an. Jetzt stehen wir wieder so. Yeah! Ah, du warst schon da oder was? Ja, da war ich schon. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Mit dem kannst du dich retten vielleicht. Dann kannst du da so eine Maske kaufen. Wir werden Händler, du. Eine grausige gute Zeit. Festival der Verlorenen. Kopfbedeckung, Ayo. Alter, Fortschritt. Wuuu. Ach, du kann man sich zeigen. 900 Hufcher Ballermann. Kann ich mir jetzt... Ich kann mir gar nichts aussuchen. Ich habe keine Schokomünze. Willst du etwas kaufen? Hä? Du kannst ja doch bei der dann... Irgendeine Maske kaufen. Eine Festivalmaske. Ja, ich habe keine von den Schokomünzen. Du brauchst... 100 Glimmer. Ja, aber die kosten alle Schokomünzen bei mir. Die Masken, wo du drin sind. Die Prämie kosten Süßigkeiten. Habe ich auch keine? Nein, bei der Prämie sind auch Masken dabei. Die kosten 100 Glimmer. Drei Stück. Ach so, die Masken bei der Kapuze. Ja. Ja. Welli, nehme ich hier. Verteidigung. Ach so, das sind die drei Energieformen. Ich habe die genommen, wo ich nicht brauche. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach die hier. Kann man da jetzt... Olleck. Ich weiß nichts mehr. Ich habe jetzt jede Amor Kaff, oder ist das unnötig? Ja, das ist unnötig. Ah. Ich habe ja noch einen Kopf. Ja, die auch. Habe ich die schon auf? Ah, nein. Wir sind doch im Clan. Das ist ja klasse. Ja. Join Fireteam. Join. Join in Fireteam. Ach so, man kann ja noch die Sache auf der Waffe umstellen. Wenn sich mal wieder lade, ey. Okay. Bin ich drinnen? Ah ja, natürlich. Alter, ey. Jetzt geht's los. Alter, da gibt's Meisterwerk-Upgrades. Ach so, da brauche ich Verbesserungspunkte davor. Okay. Alter. Jetzt geht's los. Wir sind einfach Spitzleidisch zu verursachen. Ich bin ein Lied. Und die anderen collapse. Ich bin ein Lied. Ich bin ein Lied. Ich bin ein Lied. Und das ist ein Lied. Ich bin ein Lied. Ich spiele eigentlich lieber Heavy Metal, Heavy Machine Gun Boy. Hauptsache es rungst. Können wir auch noch Zeichen hinbauen. Klasse, da bin ich schon auf der Karte, leist alles. Servus, Messages. Oh, der Briefkast jetzt ist leerloser und voll, ist stark. Ich habe eine Nachricht. Cool. Noch eine Nachricht. Noch eine Nachricht. Ah, Dote, Spookforst. Zugang nur mit ausgerüsteter Maske. Jawohl. Driften. Kann man jeden irgendwie aussprechen und jeder verkauft irgendeinen anderen Dreck. Ich sehe nach, ich sehe nach. Oh, ich habe einen Engramm gekriegt. Oh, Alter. Ah, geil. Das ist halt Destiny. Achso, du kannst da Engramme geben, Bruchstücke grafen irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach nichts. Jetzt einfach bei jedem Ammo vorbei sprechen, oder? Gibt es immer irgendeine? Na ja, komm. Jawohl. Erwerben. Saugeil. Erwerben. Wuuuuh. Annehmen. Nehmen. Aszendentenbuch. Ich habe irgendwas gekriegt. Oh, Süßigkeiten-Event. All. Festival of the Lost Event-Vendor. Applaus. Ich habe irgendwie schon keine Bock mehr. Was? Hä? Hallo. Hallo. Maske. Er hat auch noch irgendwas. Ich bin da noch mal irgendein. Ah, ja. Wählen. Nämlich. Wuuu. Der Grauwolf. Nein. Aaaaah. Wuuu. Grauwolf. Hä? Fuck. Kann ich das jetzt ausrichten? Das ist wahrscheinlich der Fliecher, oder? Bist du denn da? Ist mein der Fliecher noch mal? Alter. Ich habe... Fliecher, wenn der E-Tricks weiter runter geht, glaube ich. Ha. Ah, der Unuff, das... Ah, ja. So, der Grauwolf ist das Fahrzeug, okay. traversal. Mit jemandem über alles, was passiert ist zu sprechen, hat wirklich geholfen. Ich kann es nur empfehlen. Richtig. Festivalbounty, das musst du dich auch nehmen. Kannst du einfach alles erwerben, wo es ihm nichts kostet. Ich habe einfach draufgeklickt. Ich habe aber keine Ahnung, was ich überhaupt da mache. Im Fall, wo so blaues Königssymbol drauf ist, kann ich schon ansprechen. Ist da auch noch irgendwo Königssymbol? Wie komme ich denn da hin? Ich bin fein. Der OJ. Ich weiß nicht, wie ich zum OJ komme. Ich steh drauf. Bob, Bodo, sei kein Frosch. Melde mir irgendwas an. Ja, an der Pock of a Rift. Na ja, lass mal ein Rift. Ich weiß nicht, wie ich zum OJ komme. Jawohl, jetzt geht's los. Landwirt schon. Rift. Die Jolmen Boys, da sind sie. Alter, jetzt geht's gut. Je mehr Rifts wir in 15 Minuten packen, je mehr Spauzcremen. Ich denke, wir packen vielleicht ein halber. Nein. Ich habe schon mal keine Ausrichtung, außer die, wo ich noch gehabt habe. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Controls gehen. Ich weiß, wo ich schieße. Fertig. Ich glaube, V und C und so, oder? Und die Ulti war... Ich habe mir alles umgelädt. Ich habe bei mir alles umgelädt, keine Ahnung. Achso. Tja, scheiße. New Mission. Ja, dann hin. Ja. Das ist der Spukforst. Irgend so ein Snipergewerber, nur sieben Schuss. Stäubere den Spukforst. Jetzt kommen Boys. Ah ja, doof. Halt ab, nicht deine Zerfikt. Leck mich am hohen Sohn, ey. Vielleicht zeig deine voll 3000. Wohaha. Wuhu. Boah, ich muss mein Field of Humor umstellen, eine Sekunde. Geht das überhaupt nicht am Spiel? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht mehr, wo der Bodo rumrennt. Der Bodo gaste aber schon alles ab. Haben wir zu deinem Punkt, oder? Habe ich so das Gefühl? Jetzt? Zu deinem Punkt, da nieder. Oh nein, Muniziaun! Ich weiß nicht, dass ich eine Hilfe! So, wie komme ich denn da nieder? Du hast keine Optionen, sind jetzt nicht mehr weg. Der Bodo gaste einfach alles ab. Ich glaube, ich habe insgesamt jetzt zwei Mal geschossen. Hallo? Hallo? Ah, da ist es dir. Leider ist kein hier. Aber du hast irgendeine Baus. Ja. Ihr Buben. Schau ihn gut. Wie komme ich denn nun nieder? Ähm. Ich will den zurückgelaufen. Hallo, der ist nun. Segun. Ich glaube, ich habe es. Jawohl. Ich bin nun eingefallen. Mich honnen sie. Mach Fortschritte. Hüter. Kein Problem. Ich lese dich. Ich bin gleich da. Ich glaube, man kann einfach Wiederentstieg machen, oder? Scheißegal, Alter. Jetzt war ich da. Blödes Arschler. Hehehe. Hehehe. Äh, der ist immun. Hallo? Ja. Und ich will, ich gehe da nicht weg. Bleibt einfach immun. Ich kann never nicht platzen. GG. Das war's. Nochmal von vorne. Ciao. Normalerweise sind andere dabei. Die wissen wohl was, was ich nicht weiß. Da hinten ist so ein Tier. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Open Door. Ich habe die Door geopelt. Muss man dann einfach stehen lassen vielleicht? Ja. Seltsam. Kann man in die andere Sache. Also Q ist schon mal die Granatschmeißer. Das habe ich rausgefunden. Das habe ich dem in den Kopf und dann ist er nicht kaputt gegangen. Oh. Was sind das andere unten noch? Ja. Äh, ich glaube, du hast noch RC gibt's noch. Und V. Und die Ulti ist F. Achso. Das ist von links neben drauf, das Ding dann voll ist. So. Ah, da unten wird geschossen. Da bin ich richtig. Alter, Süßigkeit gekriegt. Puh. Alter, die werden von der Nightstorm weggekommen. Oh. Hat mich irgendwo hingeschmissen. Ah, dem kann man aber schade machen. Ah, das ist der Rift Guardian. Hm. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Haha. Haha. Geht der irgendwo ein wenig schade, wenn man irgendwo hinschießt? Oder einfach durch die Gase? Es gibt ein reißnisches Aune. Ja, treff ich, aber da passiert nichts. Da kriege ich da nicht. Ah doch, manchmal werden sie geil, ne? Alter, Ende des Schreckens. Wir können es abzeichnen. Woohoohoo. Will dir buchen. GG. Well played. Ullesss. Was denn die? Balle. Oh. Super bereit. Jetzt ist der Ult am Start. Jetzt können wir eine dicke Latze. Kein Problem. Schwere Munition voll. Da ist schwere Munition. Schwere ist bei mir halt das Snipergewehr. Wo ist denn dein Nahkampfknopf nochmal? V? Ne C. Ne? Doch, der ladet sich dann wieder auf. Das ist aber nicht mein Nahkampfknopf. Bei mir schon. Oh, ich bin durch den Saft gelaufen, weil ich denke, wenn man sich dann nur laden sich auf, kriegt man immer nur schade. Ja, das war kein Blad Saft, ich habe da noch lange gemacht. Was? Supercharged! Ha 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 ha! Alter, jetzt gehts so vorwärts. Also bei mir ist C, Nahkampf, und da ladest du ja relativ fix wieder auf. Ah ja! Aber C ist A, ein Granatschmeißer bei mir. Ja, das kommt glaube ich darauf ab, was du wo hinlegst. Dann habe ich es halt einfach doppelt geladen, anscheinend. Obwohl ich nichts geändert habe. Komm ich denn da rüber? Der unten ist total los. Eigentlich mal HP. Ich habe die Zaya-Ulti gemacht, glaube ich. Oh, ich habe versucht zu rissen, aber es war keine gute Idee. Doch? Hat ihn doch gerissen. Ja, ist voll da rissen, aber dann habe ich es zu hart ins Maul gerührt. Dann habe ich gelost. Müssen wir eigentlich deine blaue Saft insammeln von der Gegner? Blaue Saft? Ja, das ist so blauer Schitter. Es ist Munition, feiert da jeweilige Waffen. Aber da steht immer kein Handy rechts. Achso, ja, das ist ein Event-Geserver. Ja. Ja, und ich glaube, das müssen wir von der Innsammel. Ja, genau. Wie diese blaue Dreiecke. Das ist aber mit der Post geschickt. Ich werde dich dann später verkändigern. Kannst du irgendwas kaufen? Das ist aber auch immer. Ja, das ist auch immer. Gut, weil der ist bei allem immun, an dem Ult Luftgast passiert nix, aber wir gehen einfach weiter. Au! Ah, das sind die HP also da. Oh, ich flieh irgendwo da rum. Der reißende Schrecken ist der Rift Boss. Denk schon. Denk schon, ja. Mich Honse! Empfohlene, Power 700 Uft. Power 700 Uft. Komm, wir kommen direkt hin und raus. Hine Honse! Wir werden mit dem Sniper ins Gesicht gerödelt. Alter, egal. Oh, die blauen Reiche durch diesen Sniperium einstiefel erhalten! Da geht's direkt weiter. Frage, Pause! Spielen! Rotes Team, spielen! Ah ja, riften! Was passiert jetzt? Stehen wir da und... Ah, alle Weile! Jetzt wird's geballert! Ich hätte so gerne eine automatische Tat aber... ...hab ich aber, glaube ich nicht. Ich hab so Dreier-Salbe-Dinger, die machen irgendwie Armee schade wie die vollautomatischen. Boah, was ist der andere Traum? Geht man also ab. Wir öffnen! Oh, ich flieh durch, Hilfe! Hu! Ich weiß nicht mehr wie es super geht, ich schieße mit dem Bogen und dann werden die da so draufgezahlt und dann kann ich glaube ich einfach nochmal schießen, oder? Keine Ahnung, ich habe selber nicht verstanden wie meine gegangen ist, ich habe eine Auge gemacht und dann wäre ich zu so einem Blitzboy Ich glaube dann kann ich einfach linksblick rechtsblick machen und schieße Jo, aber... hast du genau... Oh! Ah! Ja, wo sie ja Bogen waren? Oh, beide nur ne heiße Hallo! Hallo! Na du, nur? Ja! Ah, ist die Light verarscht! Ich habe Mythos Hack 4.1 gekriegt. Kann ich jetzt eigentlich während dem Ballern mein Inventar aufmachen und was ändern? Probier's. Dann stelle ich mir anstatt der nämlich die Pistole aus, wo angeblich so gar ist. Oh. Direktgewinner. Du, Jumps. gut jetzt die Mcree ich hab mein Ulti war schon in der Ladung ich hab mein Ulti direkt auf den Boy gemacht und war gut Ja, ich kann es quasi bei mir darunter oder nicht ... Das Robichong haben sie kurz! Ahh Drohne, uhhhhh ... Die hab' mich abgebäßd .. Krieger Honse Jawohl Jetzt müssen wir mal die Ulti umlayern, was noch einer hinterherrscht. Äh... Okay. Oh nein, das ist wieder der Unbeugsame, wo man nicht durchgreift. Oh, der Digga hat mich mal wieder umgebaut. Hm, hab die Doge-Tasht gedriggt, das hat sehr gut geklappt. Ja, klappt super. Hast du das Gefühl, ich bin irgendwie auf der falschen Seite? Bist du nicht da, wie der bleibt? Nein, da ist irgendwelche andere gerade da hinten rum, wo wir angefangen haben. Okay. Okay. Oh, der Gleiten beschreckend. Okay. 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 Das ganze Bildschirm war schon ein bisschen rot. Ja. 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 Jawohl! Easy boys! Easy boys! Keine Gefahr! Jetzt gehts noch immer... Ah, das geht immer nur durch Schwierigkeitsgrad ins Hoch, dann. Oh, doch bitte die anderen. Ah, das ist nur noch färbste Gute. Das gibt nix. Ja, du darfst fertig machen, darfst du es trotzdem. Ah. Ah, da war nur durch drin, ja. Ah, da war nur durch drin, ja. Hä? Ah, da war nur durch. Mach die scheiße Dinge hoch. Das ist schon nix mehr. Oh, wie dein Städt ist jetzt eingeschränkt? Wirklich? Ja. Das war so. Ja. Was ist der Grund, wenn wir die Hände setzen? Wirklich? Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Oh oh, jetzt kommt der Dickel. Oh oh, jetzt kommt der Dickel. 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 Oh. 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 Direkt der Neuhof, oder was? Wo sind denn ich? Ah, du bist noch da. Ich bin noch da, ja. So, wie hört sie? Erfolge. Muss mal gucken, kann ich da irgendwie jetzt auch noch die Sache aufgewacht ändern? Ah, da ist schon Zeit drauf. Erhöht Handhabungstempo. Was ist denn Handhabungstempo? Wo? Wenn die Waffe rauswohle ich, macht aber schon sehr zu Animationen. Ach so, dass du einfach schneller drauf zugreifen kannst. So steht, you don't have permission to play the activity you're trying to join. Oh, raus mit Geld. Die können bei Destiny, die können zu Blizzard, die können bestimmt nicht programmieren und du hast dein Maske ausgezogen. Kann das Sinn? Ich... Aha, ja doch. Ja, wenn ich die Maske ausziehe. Äh, wieder ausziehe. Ach so, ich darf das nicht machen, wenn ich die Maske nicht auch habe. Aha. Okay, verstehe. Das ist schon stark. Ah, wo kommen die Skills? Gibt's da was Skills? Ja, im Inventar, links auch. Also... Was ist denn eigentlich das mit der Energy, wo du bei den Items dabei steht? Wann ich dann so Shuttle gespeckt bin, muss ich dann Zeichen erziehen, wo Schatten hat oder was? Weißt du was ich meine? Ach so, ja. Ja, ja. Du kannst halt die Richtung leveln, wenn du das meinst. Äh, da steht einfach neben dem Defense Wert steht so... ...halt entweder Blitzsymbol, Fire oder... ...Stattel? Zum Beispiel bei der Handschau, meint er. Jo. Ja, dann muss ich mal Rechtsdick aufs Item machen, dann sehe ich ja, dass du das leveln kannst. Ah, ja. Wenn's 5 Energie hat, hast du halt schon auf Level 5. Ach so, und es kostet mich Energie, da Zeichnen sind ja. Ja. Ein heilendes Rift, da ist es, jawoll. Ist es? Ausbeschleuniger. Zerschlingen. Soll ich nicht. Doch, du, da kann ich heilen mit dann. Nämlich das. Vortex. Weil ich mir nicht was stricken muss, dass das auch passiert. Das ist nett. Oh ne, der Anti ist beigetreten. Ich will nicht mit dem Anti spielen. Ah, das ist der Heil-Rift, ja. Wo ist denn der? Du bist geil, ja. Ja. Okay, also mit V heile ich schon mal. Oh, rausgeflogen. GG, das war's. Noch mal von vorne. Ja. Na rausgehe, oder? Wo raus? Na, du aus dem Spiel raus. Na normal ist das eins von der besten Spiele aller Zeiten. Das sollte man schon, sag ich mal, jetzt 500-600 Stunden genießen. Und dann ist halt, ob wir rausgehen. Genießen. Genießen vor allem. Ja. Ja. Ah. Ich guck grad noch mal Quats ins Warframe, ob man das genau so sieht. Ja. Oh yes. Bist du in Destiny drin? Vielleicht macht die Backe so Spaß nicht. Na, ich hab die Maske ausgezogen, bin schon ausgeflogen, dann war's Fireteam voll und... Ähm, aber das Fireteam ist gar nicht voll. Ja. Kann man schon nehmen? Wir sind zwei Leute. Kann man schnell kommen, zwei Leute. Kann man schnell kommen? Boah. Doof. Ja, kann schnell kommen. Wir sind zwei Leute im Moment. Wabooool. Boah. Was der Und macht dann. Nova Bombe. Klamme. Sowas wäre jetzt nicht. Äh. Willst du raus herkennen, ob er wiederkommt? Bin mal unschlüssig. Ja ja, ich bin jeden Moment da. Ja? Ja ja. Spielstart. Was ist ein Strike? Ein normaler Aufgriff, oder was? Pff. Ja, dunkel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Will ich ihn machen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was man in dem Spiel machen kann. Ja, ich auch nicht. Besonders weiß ich es dann nicht, wenn manche mehr Geld haben als andere. Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich Geld gehabt habe damals, oder... Naja, ach Gott. ...ehr Geld gehabt habe. Pff, woher? Mehr Geld? O mit dem Geld? Giß Gäste? Ey, da war er schon keinen Wind. Hallo. Euhm. Kommt man da durch? Ja, da komm ich noch nicht, da müssen wir schön außen rum. Oh, ich bin drin. Was? Hä? Neues Ziel, da schaue ein Wien uuuuusserchen durch. So flutterfotz. Wie redet man im Voice-Chat? Wenn's denn mal so, dass er mal langsam machen soll. Komm ich um Flex. Komm ich schnell nach hinten. Hallo? 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 Nein, Ziel-Flex wechselt die Waffe. Ah, jetzt hab ich mal den Rift hingesetzt. Die geometrischen Daten, die ich von dieser Architektur reinbekomme, veränderte sich. Alter, da schaue ein Wien hier nicht aufs Rennen. Wie ein Bock. N wie ich spreche? Hallo? M ist die Card. Das gefällt mir nicht. Boah. Wie bei Russian Fishing 4. Boah, witzig. Du musst schnambheterige Haschkens. Oh, du bist durch die Möcke gefallen. Oh, du bist durch die Möcke gefallen. Oh, du bist durch die Möcke gefallen, das war's. Hä? Du? Du renn mal rum und gasen. Macht's euch Spaß? Macht's jetzt grad... Nee, es ist Spaß, wenn ich da stehe. Ja? Ja, das ist halt Destiny. Ah, okay. Hat man schon gedenkt, dass es da so richtig gut abgeht und dass man das jetzt absolut immer schnambt. Hm. Ah, gell? Ich denke schon über die Installation noch. Von was? Von allen anderen Spielen? Nee, nee. Von Destiny. Also, ja gut. Muss ich... So hab ich Arschen drüber nur gedenkt. Weil... Es ist ja bei Google Stadia drin und... Also... Wenn er unbedingt wolle... Kennen Sie mal Wargrey im Spiel. Nee, das geht nicht. Doch, gell? Bin drin. Funktioniert. Das ist nett, wie sagt man. Bis ich dann erst mal das Level erreicht hab, um da mitliegen zu können. Das versuchen wir da schon länger zu erklären, dass das nett ist. Wenn ich jetzt nicht Warframe installiere... Stimmt das? Was dann? Hm? Wenn ich jetzt nicht Warframe installiere... Dann... Kann ich sofort mit euch nähern. Ja. Und ich soll das mal direkt machen. Oder... Kumpel nicht. Aber das sind 3 Missione und da. Ahhhh... Und das geht schnell. Das ist schnell. Das brauchen wir nochmal, Fatis. Hatte ich's einfach... Max Level Warframe, oder? Glaub schon. Nur Max Level, oder? Na... Stattiii... Hat das... Ich bin in den Garten, dass du Warframe zu levelst, wenn du kein Ding hast, vielleicht zu spüren. Mach Hydran auf. Ich weiß nicht, was Hydran ist. Welches ist es ganz ruhig geworden? Ja. Alter, wenn du den wiederbelebst, kriegst du auch richtig schön zaste. Was ist denn zaste? Nein, da, äh, Ult-Ladung. Oh, Ladung? Ladung? Ladung, ja. Ladung. Schön die Hoden aufladen. Hoden? Mit was? Nein, mit... Tint auf dem Füller. Bin die Mapbrunner gefallen. Mit der Druck auf der Bump. Mich anser. Nicht auf der Press. Hör das Naht bringen dann herum wie ein Ochs. Gern. Da drüber, das ist der da. Ja, macht das Spaß schon mal. Erstmal. Mäßig. Warum? Wird der Warframe mehr Spaß machen? Nö, auch nicht, aber... Ich denke, da gucke ich lieber den blote Monitor. Mach noch die Engramme dann auf und dann... ...dann ich da reinstalliere, soweit. Ging, wär möglich, ja. Aber warte erst mal, du bist da, der da ist, bevor du das machst. Wird da viel vermehrt zu sein? Hm. Das besitze ich leider gar nicht. Ach so. Hast du denn Geld? Oder wo andere Leute sind? Ja, doch Geld hab ich, aber... ...hab mir sowas nicht so gern. Ach, glaub ich. Ich hab ein bisschen jüdisch angehaucht. Wird das nicht mehr Spaß machen als Destiny? Was dann? FIFA. Keine Ahnung. K2Win und man kann nicht richtig botten, also... ...wird's mir wahrscheinlich gar Spaß machen. Hm, man kann sogar sehr gut botten. Der bot, wo ich gehatt hab, wo ich gebannt war bin, nur eben da. Da kann ich eh hundert Accounts drin machen. Kann ich also nicht eh hundert Accounts gleichzeitig botten. Inventor Boktovich. Oh, botten. Inventor Boktovich. Ja, aber komm, das muss ja doch Spaß machen jetzt. Oder? Guck mal. Das ist doch geil. Hm, naja. Ja. Ich habe den Frost genutzt um eine Simulation... Wenn dir das nicht gefällt, weiß ich nicht, ob Uhrrutscht zwei was für dich ist. Ein Geist kann sowas machen. Das weiß ich auch noch nicht. Hm. Da muss man dumm... Wie holt man's auch schief? Tab und F. Ah, das war schon mal der Ult. Tab und F. Ah, Tab und E. Ah, hast du es immer gelesen. Ich hab jetzt... Bin mir gerade runtergefallen und hab den Ult einfach in der Bote geschmissen. War eigentlich optimal. Ja, gut. Psch, psch, psch. Kann man jetzt so... Oder so, Usi. Aber bisher macht es schon Spaß, mein lieber Mann. Cool ist, da muss ich immer mitmachen, das hätte dir auch nicht gefallen. Oh, so mächtig die ganze Zeit. Das ist schon geil. Von euch schon in der Book of Destiny 2 haben wir noch einen Platz frei. Hm? Oh, okay, ciao! Wuuuut! Ah komm, versaut ihr doch jetzt nicht den ganzen Geburtstag in dem Warframe. Zur Feier des Tages muss was gescheites. Wuuuut! Wuuuut! Ah ja, später hat mir noch nicht gefallen. Gerade im Moment. Was ist das Beste in den Slay? Und... Er tut Pizza! Er tut Pizza! Er tut Pizza! Er tut... Er tut. Er tut begrennt. Er tut die. Er tut. Er tut. Er tut ist kein Herz. Er tut. Er tut. Ich habe keine Ahnung wo wir sind, ich fahre gerade durch den Dungeon, alles nur noch in den Keller. Ja. Schön fahren, bis die Versprungrompe drüber fliegt. Verdammt bist du da. Ist geil oder? Ah ja. Ist doch geil oder? Das ist, naja. Ja komm, naja, wie machst du das nicht gefallen, dabei finde ich das so abgrundtief, geil. Abgrundtief geil. Mhm, genug. Da ist also dieser Varus. Warte. Warum geht denn die Mission da noch? Na ja. Na, du kommt jetzt der Bus und dann haben wir es schon, dann können wir direkt die Nächsten machen. Hast du Bock? Hm? Nöööö. Machen wir trotzdem noch weiter Ah, ohne Bock Wenn du noch kein Bock hast, dann wird's schon noch kommen Wenn du noch kein Bock hast, dann wird's schon noch kommen Ja, ist es so. Meistens ist es auch so, ich hab gar kein Bock fortzugehen Und wenn du dann mal fort bist Woher willst denn du das wissen? Du gehst doch nicht fort Ja, aber ich war mal fort Ah, da hab ich auch gedacht Ah, nee, hopp Und wenn du dann dort warst, hast du gedacht, oh ja Warum war das wirklich so? Ja, natürlich Das ist verrückt, aber Pass auf, die haben noch mehr Laser aktiviert Kann nicht sein, man sieht's sogar deinem Charakter auch, wie viel Spaß das macht Warum? Guckt er nicht so erfreut? Doch Der ist voller Freude Ich weiß im Moment nicht, was mir eher Spaß machen wird, wenn ich mir die Eier mit mir aus dem Level entfernen wird Eier? Oder die Auen Der ist nicht so sparsig, du brauchst ja, du seh schon nix Ja Ja Ich würd auch lieber, okay, ah ja Ich würd auch immer raus Also, ich weiß nicht wie's im Ei steht, aber mein Raum ist stark Ja Ich fühlte dir gefallen Okay Und die Laser zerfickt Das macht Spaß Die ganze Zeit Das und das Das macht Spaß Oder Mhhh Ist das geil Guck wie da lacht, wie es dem Spaß macht Die ganze Zeit geflucht und dann gelacht Ja Das ist glabar, dass es im Heul Spaß macht Ja, wenn sie mich nicht mehr Geben so gut ab Na lieber Mann, jetzt hab ich so seltsame Schokomünze da gekriegt, ey, das ist klasse Ja, geil, oder? Das sind Event-Items Gefällt auch, ne? Mhm Das ist super Dann kannst du jetzt gleich was schönes kaufen Mit der Schokominze Und dann geht's direkt weiter Ballern Gucken wir mal, ob wir den Bock finden Bock? Er ist doch schon im TS Wir können das auch machen Wir machen jetzt Ab jetzt machen wir 40 Mal so eine Rift-Kette, wo 15 Minuten dauert Und wenn das dann keinen Spaß macht, lassen wir es sehen Wär das was? Hm? Boah Hättest du da Bock drauf? Ich 40 Mal machen wir das Ist lang, ne? Das war eigentlich ein bisschen zu lang Das ist schon 10 Stunden Oder 6 Uhr Du hast 10 Stunden Ja, dann machen wir 30 oder so Wo bin ich denn da? Ist denn ein Naus? Hä? Nein, bei mir ladet irgendwas da Oh, einfach ein Naus Macht das kein Spaß So steh ich im Navigator und es passiert nichts Haha, dir macht's kein Spaß Ich hab's gewiss Jo, es macht mir auch kein Spaß Hallo? Ah Hast du mich eingeladen zum Destiny-Spiel? So nachher eigentlich Probier mal grad da Oh, jetzt bin ich zurück auf der Desktop geflogen Eieiei Wie auf der Desktop? Ach, da ist der Desktop aufgegangen Boah Puh Du bist raus, oder? Ich bin raus, ja Komm schon wieder Ja, kleiner Moment Muss grad eh mal kurz aus dem Steam raus Also, willst du jetzt nicht mehr schnarchen? Wollen wir jetzt weiter mit schnarchen? Ne Ne, ich find's auch einfach nicht geil Ich bin am schnarchen Ähh Warbraber halt mal Komm, du machst so, als ist dir das nicht gefallen Die machen beide so Dabei geht's euch so gut ab Und dann mal los Abkauf Abkauf Vielen Dank.